Musik Okay, mein Name ist Prinz Pi, ich bin hier im Studio und starte mit meinem Freund. Er hat nicht so viel zu sagen, aber hat er mir sehr sehr viel zu sagen in der Zeit lang, bevor ich seinen Kopf abgeschraubt habe. Ich wollte euch hier einen kleinen Verbraucherhinweis geben, und zwar auf den Abuse-Sampler, der bald rauskommt. Auf dem Sampler bin ich natürlich dabei, ist ja klar, sonst würde ich hier diese Ansage nicht machen. Mein Freund Bastard ist zum Beispiel dabei, wahrscheinlich wie immer mit einem sehr fantastischen Song. Und ja, der Sampler kriegt noch seinen letzten Feinschliff. Das Ganze ist ein Projekt, was von Dr. Soul gemacht worden ist. Und ich kann euch nur raten, euch das Ding reinzuziehen. Es sind sehr sehr viele interessante und gute Songs dabei. Es geht in die Horror-Richtung wohl. Also mein Song jetzt vielleicht nicht, aber die anderen Songs. Und ja, zieht euch das rein. Und ja, da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017